Ich habe einen sehr guten Wettkampf gemacht. Es ist ein bisschen bitter, dass ich das jetzt auf den Wind schieben muss, aber ich bin zweimal mit Pluspunkten rausgegangen und die Windspitze geht bis minus 11. Das ist eine Welt im Skispringen. Da brauche ich nicht lange schauen auf die anderen. Ich habe einen sehr guten Wettkampf gemacht. Meine Leistung passt und irgendwann kommt das Glück auch dazu und dann stehe ich ganz vorne. Wenn ich so weiterspringe, dann dauert es nicht lange und dann bin ich auch zehn Plätze weiter vorne.